Als Pionier und Innovationsführer in der Videosicherheitsindustrie stellt Mobotix Ihnen eine weitere bedeutende Entwicklung vor. Bereits 2013 haben wir eine wegweisende Technologie zur Bewegungserkennung eingeführt, die nach wie vor in all unseren Kameramodellen inklusive der Thermalkameras verfügbar ist. Der MX Activity Sensor ist ein Software-Sensor, der Bewegungen eines kompletten Objektes erkennt. Auf diese Weise werden Störeinflüsse wie Regen, Schnee, Lichtänderungen und das Schwanken von Kameramasten und Bäumen ignoriert. Fehlalarme, wie sie bei der herkömmlichen Videobewegungserkennung auftreten, lassen sich somit drastisch reduzieren. Mobotix präsentiert Ihnen eine erweiterte Version dieser Bewegungserkennung, die durch ein Firmware-Update in den Kameras zur Verfügung steht. Ab sofort ermöglicht MX Activity Sensor 2.0 eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit, bei der nicht nur Fehlalarme durch Störeinflüsse reduziert werden, sondern auch sich bewegende Objekte erkannt und nach ihrer Größe unterschieden werden. Objektgrößen werden mit einer automatischen Berechnung der Perspektive durch die Kamera definiert. Es ist möglich, Fehlalarme verursacht durch kleine Tiere, wie zum Beispiel einen Hund, zu vermeiden, aber alarmiert zu werden, sobald ein Mensch den gesicherten Bereich betritt. Die Kamera behält stets das Wesentliche im Blick und alarmiert nur bei sicherheitsrelevanten Ereignissen.